Wenn du als Online-Shop-Betreiber schon erfolgreich bist, das heißt Umsätze machst von 20, 30, 40, 50.000 Euro pro Monat mindestens, wahrscheinlich sogar viel mehr, dann schaltest du wahrscheinlich schon bereits Google-Werbung, das heißt du hast schon eine Kampagne auf dem Google-Netzwerk platziert und du stellst dir vielleicht die Frage, welche Vorteile hat vielleicht Facebook-Werbung, warum macht das, vielleicht sind Facebook-Werbung hinzuzufügen oder vor allem Facebook-Werbung richtig zu machen und darum soll es heute gehen, denn du denkst dir vielleicht, ich gebe ja schon ein gewisses Marketing-Budget aus auf Google AdWords, vielleicht hast du eine Suchkampagne eingerichtet, vielleicht hast du eine Google-Shopping-Kampagne eingerichtet und denkst, ja gut, das kostet ja eh schon Geld, warum soll ich jetzt nochmal mehr Geld ausgeben, um noch mehr Reichweite auszugeben, denn ich mache bereits schon Marketing, ich gebe ja schon ein gewisses Budget jeden Monat aus, um gezielte Google-Werbung zu schalten. Jetzt ist halt die Sache, wenn du auf Google schaltest und dabei spreche ich jetzt von der Google-Suchfunktion und der Google-Shopping-Kampagnen, dass diese Kampagnen sehr erfolgreich sind, ja, die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie für dich funktionieren, weil du auf Google eine Zielgruppe erreichen kannst, die gezielt nach deinen Produkten sucht, ja, und solche Menschen von Interessenten in Käufer zu wandeln, ist relativ einfach, denn die suchen jetzt gezielt nach deinen Produkten, die wissen schon, was sie wollen, die wissen auch schon, was sie brauchen und die sind einfach abzuschließen, ja. Das große Problem ist aber, dass du davon einfach nur einen gewissen kleinen Kreis hast, ja, wenn du das Ganze so ein bisschen wie einen Kuchen siehst, ja, du hast so ein kleines Küchlein oder einen kleinen Kuchen einfach, den du halt ansprechen kannst als Zielgruppe und du wirst schnell feststellen, dass du bei Google-Werbung an eine gläserne Decke stößt, ja, das heißt, wenn du einfach Werbung schaltest auf Google-Werbung, du gibst vielleicht 100, 200, 300, 400, 500 Euro am Tag aus, merkst du irgendwann, dass du an diesen Punkt kommst, wo es einfach nicht mehr weitergeht, ja, das ist so ein bisschen wie wenn du so eine Fliege bist in so einem Glas und versuchst immer wieder oben an die Glasdecke zu fliegen, du wirst einfach nicht weiterkommen. Und das liegt einfach daran, dass es einfach nur eine gewisse Anzahl an Menschen gibt, die jeden Monat oder jeden Tag nach deinen Produkten, nach deinen Problemen oder Herausforderungen suchen, dann auf deinen Online-Shop kommen und dann ein Produkt kaufen wollen. Damit du überhaupt eine Zielgruppe erreichen kannst, die darüber hinaus ist, dafür brauchst du Facebook-Werbung, denn du hast auf Google nicht so einfach die Möglichkeit, Menschen einfach zu erreichen, die aus der gleichen Zielgruppe sind, aber noch nicht genau wissen, was sie wollen, ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, im GDN-Netzwerk, also im Google-Display-Netzwerk, Werbung zu platzieren. Das hat einen ähnlichen Effekt wie bei Facebook, hat aber meiner Meinung nach nicht die Qualität, die ich bei Facebook habe. Der große Unterschied ist jetzt bei Facebook, dass ich dort Menschen erreichen kann, die noch nicht über dein Produkt nachgedacht haben, ja. Und die kann ich dort gezielt ansprechen und das basierend auf Zielgruppen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was du alles bei Facebook machen kannst. Ja, bei Facebook kannst du erstens Menschen nach einem Alter separieren. Das heißt, du kannst gewisse Demografien ansprechen, männlich, weiblich, eine gewisse Altersgruppe. Du kannst Menschen nach Interessen ansprechen. Das heißt, für was sie sich interessieren in ihrer Freizeit, Hobbys zum Beispiel, ja, den Fußballverein oder was sie in ihrer Freizeit machen. Du kannst nach Berufen selektieren. Das heißt, du kannst zum Beispiel einstellen, dass du Menschen haben möchtest, die einer gewissen Berufung nachgehen. Ja, ich kann Selbstständige ansprechen, Unternehmer. Ich kann aber auch genauso Menschen aus der Pflege ansprechen oder Lehrer oder Erziehungsberufe. Ja, das sind alles Möglichkeiten, die ich da habe. Und dann kann ich eben entscheiden, dass ich den perfekten Kunden-Avatar, den ich in meinem Kopf habe, den kann ich bei Facebook eben ausspielen. Ja, das heißt, dort ist es nicht suchbasiert, sondern das Ganze ist interessenbasiert. Und damit habe ich die Möglichkeit, ganz andere Menschen auch anzusprechen, die ich so vielleicht noch gar nicht auf meinem Schirm hatte. Ja, also wenn ich jetzt ein Produkt habe und einfach an der Grenze bin bei Google AdWords mit dem, was eben machbar ist, dann soll ich darüber nachdenken, einen Kanal wie Facebook hinzuzunehmen, wo ich auch Menschen erreichen kann, die über dem Tellerrand hinaus sind, die noch gar nicht so mit dem Produkt irgendwie in Kontakt sind. Das ist natürlich eine andere Art von Marketing. Ja, ich brauche ja also ganz andere Werbeanzeigen, um natürlich auch solche Menschen zu konvertieren. Denn da ist es zum Beispiel so, dass wenn sie so eine Werbeanzeige sehen, natürlich nichts der Dreckkauf in deinem Online-Shop, weil sie da einfach noch gar nicht den Bedarf haben. Das heißt, was du da machen musst, ist dann mit den Werbeanzeigen im ersten Schritt überhaupt erstmal den Bedarf wecken. Und wenn dieser Bedarf da ist, dann gehst du einen zweiten Schritt hin und konvertierst die Besucher, die den Bedarf haben, in deine Produkte, in deinen Online-Shop. Ich persönlich mache das über einen Drei-Stufen-Funnel. Das heißt, ich spreche die Menschen mit verschiedenen Werbeanzeigen an. Ich habe also eine Werbeanzeige, die ich nur an kalte Menschen ausspiele, also an Menschen, wo ich erstmal den Bedarf wecken muss. Dann schalte ich Werbeanzeigen an Menschen, die bereits einen Bedarf haben und löse das Ganze eben mit meinem Produkt, indem ich dann das Produkt präsentiere. Und dann gibt es eben diese dritte Phase, wo Menschen wirklich schon ganz normal wissen, wer du bist, was du machst, was für Produkte hast in deinem Online-Shop. Und die kannst du eben auch mit einer ganz anderen Ansprache nochmal konvertieren in deinem Online-Shop. Also der wesentliche Vorteil bei Facebook ist, dass du einfach Menschen überhaupt erreichen kannst, die so noch gar nicht darüber nachgedacht haben. Und das Spannende ist, wenn du jetzt Facebook auch noch kombinierst mit dem Facebook-Pixel, dazu habe ich auch ein paar Videos hier auf dem YouTube-Kanal gemacht. Das ist quasi ein Pixel, den baust du einmal ein und dann kommuniziert Facebook zusammen mit deinem Online-Shop. Und dann gibt es einen Datenaustausch. Und dieser Datenaustausch sorgt dafür, dass du nochmal ganz eigene Zielgruppen erstellen kannst auf Facebook. Ein Beispiel ist, du kannst Menschen nochmal ansprechen, die auf deinem Online-Shop bereits gewesen sind. Das basierend auf dem Facebook-Pixel. Bedeutet, jemand, der deinen Online-Shop besucht, den kannst du immer wieder mit Werbung bespielen. Das zweite, was du machen kannst, ist, du kannst die Kundendaten von deinem Online-Shop an Facebook vermitteln, also weitergeben. Das heißt, du kannst dann auch Menschen, die bei dir im Online-Shop gekauft haben, nochmal mit gezielten Werbebotschaften zu Wiederkäufern machen. Das gilt auch für die sogenannten Look-alike Audiences. Da baust du Zielgruppen auf, die ähnlich sind wie deine Kunden. Das heißt, Facebook sucht KI-basiert nach passenden Kontakten, die deinen Kunden entsprechen. Das sind auch wieder Möglichkeiten, die du so bei Google AdWords in dieser Form nicht hast. Das heißt, du kannst dir komplett eigene Zielgruppen auch interessenbasiert aufbauen auf Basis des Facebook-Pixels und kannst damit eben skalieren. Wenn du sagst, ja, das klingt für mich spannend, ich möchte gerne weiter mit meinem Online-Shop skalieren, abseits von Google AdWords und durch einen weiteren Kanal, den ich so vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habe, dann lass uns da einfach mal unverbändlich miteinander drüber sprechen. Dann klicke einfach hier oberhalb oder unterhalb dieses Videos, buche dir ein kostenloses Strategiegespräch und dort prüfen wir, ob wir vielleicht helfen können, deinen Online-Shop auf das nächste Level zu bringen mit gezielten Facebook-Marketing-Werbeanzeigen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, schreibe gerne deine Fragen in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, dann Mario Reimert von Mr. Online-Marketing.